So, wo stehen wir heute? Machen wir erstmal wieder die Aufträge. Die in der Tasche hatten wir schon noch 15. Ist sie so weit hinten jetzt? Ja, also, Kinkel, Fließkegel. Haben wir da noch andere? Nein. Naja, Stückchen für Stückchen gehen wir dann da hoch. Hier brauchen wir, Geld haben wir noch. Wir brauchen Schlüssel. Schlüssel gibt es. Ja. Na, mal gucken, ob es da wirklich Schlüssel gibt. Ich weiß gar nicht, was ich das letzte Mal eingesammelt habe. Es ist ja auch nichts da gewesen. Hat er mir das nicht gut geschrieben? Vielleicht kann es nicht mal passieren. Bis zum nächsten Mal. Alles klar? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Illusions of the past Disappear among a sea of butterflies Illusions of the past Who's next? Was that it? Right Disappear among a sea of butterflies Illusions of the past You can't run Watch this awesome movie Show no mercy I'm here Disappear among a sea of butterflies Illusions of the past Who's next? You Disappear among a sea of butterflies Illusions of the past Try that again World-cleansing dragon Watch this awesome movie What a breeze Show no mercy Disappear among a sea of butterflies Illusions of the past Who's next? Who's next? Disappear among a sea of butterflies Illusions of the past Disappear among a sea of butterflies Illusions of the past Illusions of the past Illusions of the past Who's next? Who's next? You! Watch this awesome moves Watch this awesome move Watch this awesome move Watch this awesome move Disappear among a sea of butterflies Illusions of the past Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Immer noch was? Vergessene Halle oder... Wo mache ich die Mission? Wo mache ich die Mission? Oh, guck mal, der kann da durchgehen. Aber nicht, dass das... Sofort wieder im Ohr, die Melodie. Sofort wieder im Ohr, die Melodie. Handmade Flaming Tea. A kick to the senses. Sofort wieder im Ohr, die Melodie. Sofort wieder im Ohr, die Melodie. Hey, 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 hey! Sofort wieder im Ohr, die Melodie. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ich habe immer noch hier dieses... Das war doch das mal, oder? Gibt es hier schon was? 111 gibt es noch nichts. Hier fehlt noch die 6. Oder wie sieht das aus? Da habe ich sie irgendwie alle? Ach, das hat sich aktualisiert. Okay, dann können wir das ja nochmal spielen. Ja, habe ich die jetzt 6 oder habe ich die nicht? Ich glaube schon. Gucken wir halt hier drüber. Ist das Übersichtliche? Okay. 0 von 10, 6 von 6, 15 von 15. Okay. Und hier... Das hier ist 0 von 10. Ach, das steht immer drunter. 6 von 6. 5 von 10, 6. Und jetzt noch nicht. Deswegen habe ich die Sterne habe, oder was? Was? Okay, dann nehmen wir die. Da gibt es bestimmt wieder ein paar Sachen. Da gibt es bestimmt wieder ein paar Sachen. Was? 5 Leute habe ich nicht. Dann kommt hier zur Überstützung die Heilerin rein. Und bei dem anderen sie. Und noch einen Ablenkcharakter. Ne, warte mal. Gehen wir mal wieder raus. Und drüber. Sieh rein. Nein. Nicht da. Da. Jawoll. Gehen wir mal das so. Vielleicht sollte ich für die Sterne doch ein bisschen... So schwer ist das doch nicht, oder? Ich war doch bei 68. Da war ich noch keinen Heiler, oder? Ich bin dann nochmal zurück. Die sind dann noch nicht so schwer. Also nochmal. Nur... 68 ist nicht so schwer. Alle Schadensdinge. Hat der überhaupt was? Ich weiß nicht. Sieg jetzt noch da rein? Ich weiß nicht, ob der taucht. Irgendwo je noch da rein, oder? Nein. Der hat doch viel Schaden. ... ... ... ... ... Das ist die höhere Verstärkung. Aber der ist die Höhere. Warum kommt mir das eh alles in Verwaschen vor? Das ist nicht so! Die Animation ist das selben oder kann fast das sehen lieber? Kann das sein? Ja, so gefällt mir das besser. Das andere ist so wischiwaschi verwaschen und ausgebleibt. Ich habe das noch nicht so. Ich habe das noch nicht so. oder? mach die nicht so gut Der könnte doch dieses Energiespeak letztlich schneller auch passen und dem Yin-Yuan eigentlich auch. Der könnte doch nicht mehr so gut. Der könnte doch nicht mehr so gut sein. Das ist ein Räufer. Der könnte doch nicht mehr so gut sein. so viele sparschweine was gibt es an ge... ah hier hat noch eine runde aber ich habe wieder fünf, ok oh mein, die dreht da, oder? das ist mal sass und ich hätte da mit auch noch einen drauf Ich bin der Fall. Ich bin der Fall. Ich bin der Fall. Es war die richtige Wahl, die gehen ziemlich einfach kaputt. Ich kriege vielleicht noch ein paar Sternchen wegen der Runden. Ich kriege die Runden. es ist ist du drei ständchen Nup, jetzt hast du schon abgeschlossen. Danke für die Info. Ich dachte, da gab es noch mal was. Nein. 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 Digga Ich kann ja noch lange fahren. Oh, okay. Du willst in den vergessenen Hallen? Jawohl.